Auf was dürfen wir uns beim IKT von der Regenbogen NRK freuen? Wir möchten den Kirchentagsbesuchern zeigen, dass wir selbstverständlicher Teil der Kirche sind. Wir möchten zeigen, dass anders sein ganz normal ist. Wir möchten Informationen bieten und wir warten mit einer vielleicht ein bisschen überraschenden Standgestaltung auf. Wir laden die Besucher zur Mitmachaktion ein. Wir werden informieren und stehen natürlich in ganz großer Zahl für Informationen, Gespräche, auch vertraulich für alle Kirchentagsbesucher zur Verfügung und wir freuen uns auch schon auf den IKT. Wir stellen das Ganze unter das Motto All Inclusive, was bedeuten soll, dass alle mit inbegriffen sind und wir uns eben ganz normal anders empfinden. Dankeschön.